Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Vangelis vom Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache und in diesem Video will ich erklären, wie ihr die Bücher von Praxis als E-Books auf einem mobilen Gerät benutzen könnt, also über die Android, iOS oder iPadOS App auf dem Smartphone bzw. Tablet. Abonniert unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was Deutsch als Fremdsprache betrifft. Braucht ihr Hilfe beim Kauf eines E-Books? Wir haben dazu ein separates Video hochgeladen, ihr findet den Link in der Infobox unten. Oder wollt ihr euer E-Book am Desktop-Computer oder am Laptop verwenden? Dazu gibt's auch ein Video, der Link ist ebenfalls in der Infobox. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie die iOS, iPadOS und Android Reader App funktioniert. Achtung! Ihr könnt kein Buch über die App kaufen. Das müsst ihr über den browserbasierten Store tun. Anschließend könnt ihr aber mit der App auf die Bücher zugreifen. Es kann sein, dass die eine oder die andere Kleinigkeit früher oder später vom Entwickler der App geändert wird. Grundsätzlich sollte sich aber nicht vieles ändern. Die App ist zwar nicht so ein umfangreiches Tool wie der browserbasierte Reader, aber ihr bekommt mehr als genug Werkzeuge, um eure E-Books zu genießen. Erkundet bei der ersten Benutzung auf jeden Fall zuerst die App und zögert nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. Unsere iOS, iPadOS und Android Apps sind sehr einfach zu bedienen. Sie sind fast identisch. Es gibt nur kleine Unterschiede zwischen größeren und kleineren Bildschirmen, also zwischen Tablets und Smartphones. Die erste Bildschirmseite gibt einen Überblick über die verfügbaren Bücher. Tippe ich auf dieses Symbol, habe ich Zugang zu meinem Account. Über dieses Symbol kann ich nach von mir definierten Kategorien filtern. Diese sind in der Buchinformationsansicht einstellbar, dazu später mehr. Diese Funktion ist bis zur Festlegung der ersten Kategorie möglicherweise nicht sichtbar. Über die Pfeile kann ich die Bücher in der Bibliothek auf gewünschte Weise sortieren. An dieser Stelle kann ich die Schnellsuche verwenden, um ein bestimmtes Buch zu finden. Rechts neben Ansicht kann ich zwischen Listen und Gitteransicht umschalten. Diese Stelle ist nur auf größeren Bildschirmen zu finden. Über den Schraubenschlüssel habe ich Zugang zu einigen App-Infos und Grundeinstellungen. Ich tippe auf die Lupe, um ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz in all meinen gekauften Büchern zu finden. Hier sieht man das Buchkabel, auf das ich tippen muss, um das Buch zu laden. Ich kann auf das E-Symbol tippen, um die grundlegenden Informationen über jedes Buch zu erhalten. Wenn ich auf diese Stelle tippe, kann ich ein Buch auf meinem Schreibtisch legen, der wie eine Favoriten- bzw. Schnellzugriffsliste funktioniert. Den Schreibtisch selbst finde ich hier unten. Ich tippe also auf das Buchcover und öffne mein E-Book. Sobald ich ein Buch geladen habe, stehen mir verschiedene Tools zur Verfügung. So kann ich die Seiten umblättern, also nach links und rechts wischen. Hier kann ich die Buchansicht verlassen und die Bibliotheksansicht aufrufen. Ich kann das interaktive Inhaltsverzeichnis für das aktuelle Buch laden und benutzen. Ich kann die Volltextsuche verwenden, um ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz in all meinen gekauften Büchern zu finden. Hier bekomme ich eine Miniaturansicht aller Buchseiten für einen schnellen Überblick. Diese Funktion ist allerdings nur auf Tablets verfügbar. So kann ich das Menü Anmerkungen ein- und ausschalten. So kann ich meine Anmerkungen ein- und ausblenden. So kann ich einer Seite ein Lesezeichen hinzufügen. So kann ich zurückgehen, das ist allerdings nur bei Verwendung von Dokumenten internen Links aktiv, zum Beispiel dem Inhaltsverzeichnis. Zum schnellen Navigieren im Buch steht mir der Schieberegler zur Verfügung. So kann ich den Schreibtisch, also meine Favoritenliste, öffnen. Ich kann die angezeigte Seite schnell teilen. Der Empfänger oder die Empfängerin muss das gleiche Buch gekauft haben, um die Seite sehen zu können. In den nächsten Teilen erkläre ich, wie bestimmte Tools funktionieren. Zu vielen Büchern gibt es Hörmaterialien. Diese sind jederzeit kostenlos auf YouTube zu finden. Aber wir haben sie auch in die E-Books integriert, was den Zugriff wesentlich erleichtert. Wie finde ich diese? Es gibt in den Büchern, die Hörübungen enthalten, entsprechende Hotspots. Diese befinden sich entweder über dem Anweisungstext oder über der entsprechenden Stelle auf der Seite, zum Beispiel auf dem Verweis auf die Titelnummer oder auf die Abspielzeit. Achtet auf den blauen Farbton! Durch Tippen auf einen Hotspot kann ich die eingebettete Audio-Datei schnell abspielen. Das kleine Abspielsymbol erscheint dann in der oberen rechten Ecke. Vorsicht! Wenn ich die Seite verlasse, wird das Abspielen der Audio-Datei abgebrochen. Ich kann die folgenden Beschriftungswerkzeuge in der iOS, iPadOS und Android Reader App verwenden. Mir stehen zwei freie Schreib- und Zeichenstifte zur Verfügung. Beim Aktivieren eines der beiden erscheinen dann die entsprechenden Tools. Stiftfarbe, Stiftdicke, Deckkraft des Stiftes. Ich kann auch Textnotizen benutzen. Beim Aktivieren erscheinen dann die entsprechenden Tools. Schriftgröße, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe, Rahmendicke. Das kann ich zur Massenauswahl von Anmerkungen wählen. Ein einfacher Radierer. So kann ich die ausgewählten Anmerkungen löschen. So kann ich die Anmerkungen annehmen und das Anmerkungsmenü schließen. Wollt ihr diese Anweisungen lieber lesen? In der Infobox unten findet ihr den Link zum entsprechenden Artikel. Also, das war's. Wir hoffen, euch macht das Lernen mit den E-Books von Praxis richtig Spaß. Solltet ihr die eine oder andere Frage haben, so sind wir jederzeit für euch erreichbar, über E-Mail oder Messenger. Schickt uns einfach eine Nachricht. Hat euch dieses Video gefallen? Teilt es mit jeder Person, die es gut gebrauchen könnte. Abonniert unseren Kanal und folgt uns in den sozialen Medien. Auf eure Ideen, Anmerkungen und Vorschläge freuen wir uns riesig. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Deutsch lernen bzw. beim Unterrichten. Viel Spaß! Glockenzeichen